Der Schiedsrichter pfeift diese Partie an. Wenige Minuten gespielt erst und wir sehen... Tadic! Der Ball geht deutlich neben das Tor. Setzt sich klasse durch. Tadic! Das ist das erste Tor dieser Partie und jetzt ist die Freude natürlich groß. Riesenjubel bei den Fans, bei den Spielen. Fabregas! Mit seinem Einsatz verhindert er, dass der Schuss aufs Tor geht. Da können sie jetzt flanken. Der ist noch heiß! Das war richtig knapp. Ja, das sah gut aus. Da wäre fast der Ausgleich gefallen. Sie scheinen sich den Gegner zurechtlegen zu wollen. Der Ball läuft gut, aber noch... Tadic! Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Ist ja gut hingeächtet. Das hat genau den richtigen Zeichen. Vöhlkrug. Er zieht ab! Und irgendwie hält er ihn! Und irgendwie hält er ihn! Guck! Guck! Guck!